Es ist erstaunlich und manchmal wirklich erschreckend, wie sich die Stars für eine Filmrolle verändern. Die Filmkünstler hungern, nehmen zu oder switchen ihren Typ vollkommen um. So auch die Schauspielerin Naomi Grossman. Die Darstellerin hat sich für ihre Rolle als Pepper in der Serie American Horror Story eine Glatze verpasst und eine vollkommene Typveränderung über sich ergehen lassen. Wahnsinn, was eine neue Frisur und ein bisschen Schminke so ausmachen. Doch viele Hollywood-Stars gehen noch einen Schritt weiter und an ihre körperlichen Grenzen. So haben Jake Gyllenhaal, Christian Bale oder Frauenschwarm Matthew McConaughey monatelang streng die Ad gehalten, um für ihre Rollen in Nightcrawler, The Machinist oder Dallas Buyers Club so auszusehen. Andersrum geht es natürlich auch. Schauspielerin Renée Selviger hat für die Bridget-Jones-Streifen einige Pfunde zugelegt, die sie mittlerweile, ganz Hollywood-like, wieder runter hat. Ein enormer Einsatz, der sich meistens aber auszahlt und das wortwörtlich. Denn diese werbewirksamen Veränderungen lassen die Kinokasse meistens klingeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017